Gestern, wo ich den Stream beendet habe, ne? Wir haben doch gestern mit Svetman gespielt, COD, ne? Und Svetman hat gestern in COD einen Hacker gesehen, der wirklich gehackt hat. Ich habe da wenigstens gemeldet. Ja, Hacker kannst du nicht melden, es geht nicht über das Game. Also Svetman kann es bestätigen, wir haben gestern einen Hacker gesehen in COD-Wartzone, ne? Die hatte 39 Kills gehabt und stande nur auf einem Fleck, ist nicht gestorben von der Zone. Der ist out of map gegangen, der konnte alles, ne? Na ja, dann hat er irgendeinen Fehler ausgenutzt. Ja, aber so sehr viel tut man sich immer im Game. Ja, lang nichts mehr gehört, ne? Ich grüße euch auch erst mal, die neu reingekommen sind. Ich grüße euch auch erst mal. So, wenn ich jetzt nochmal so auf Sinnlos sterbe, dann... Digga, die machen zwei Kugeln, du bist so am Arsch, ne? Ja, ich grüße euch auch erst mal. Ich spiele auf jedem Server, mal gucken, wo die meisten Loops drin sind und wo die ganzen Schwitzer drin sind, die nix drauf haben. Deswegen, mal alle Server mal ausprobieren. Boah, geht das mal kaputt? Boah, geht das mal kaputt? Hier unten sind welche, die bekriegen sich. Na ja, ich grüße mal, es wird mal wieder Zeit für den Roblox-Tree. Was ist Roblox? Dein Ernst? Was willst du denn da drinne? Ja, war doch witzig. So, den haben wir auch weg. Ja, ich hab mal Roblox gestreamt, das ist richtig. Weil wir Europa nur Schwitzer sind. Ja, Europa sind auch nur Schwitzer, das stimmt. Das ist ein Trick von YouTube gewesen. Ich hab schon mal zwei Kills, ne? Ich bleib jetzt auch hier, ich bin mitten in der Zone, ne? Ich bleib jetzt auch hier. Ja. Ich hab zwar kein Schild, das ist natürlich schlecht, ja? Ja, kannst du suchen. Und ich dachte, du kommst zu mir und hilfst mir beim Suchen. Toller Freund bist du, echt. Ich hab ja gar kein Fortnite. Lass dir mal runter, Kappi. Ne, mach das nett, ey. Ego-Shooter, muss jetzt nicht sein. Ich sag, wenn du gesagt hättest, du lädst den Brettspiel-Summel-Anhaufter, ja, so hat er. Ich hätte mal sofort Schach spielen können. Schach? Ich bin in Schach schlecht? Ich hab ja nicht. Da brauchst du nicht mal mit mir, da brauchst du, da brauch ich noch nicht meinen ersten Zug zu machen. Da ist schon Schach matt bei mir. Schapons grüße dich moin moin gut wenn wir mal du drin für kups und so wir können gerne mal offline spielen da du kein sub ist können wir leider nicht zusammen spielen ja weil ich kenne dich noch nicht so ne oder sind gegner da läuft ein lappen so ne kommt ich muss mal so pipi ne kennst du joy kinderjoy das sommer ei ja das schmeckt sogar gut das kenne ich wirklich ist ja keine beleidung gibt es wirklich das joy kennst du es nicht das eispennig ja aber er meint ja immer anders warte mal da ist ein lappen joy mama steht trotzdem hier welches spiel ist das das hier ist fort night holt ihr den lappen ja das problem ist die sind zu zweit er hat zwar eine wand gebaut aber da hinten war noch einer ich sehe ihn da kämpft hinter der mauer du kämpfst doch genau so komm rein in die Ecke ich habe ihn sag ich doch da waren zwei und wenn ich sage da waren zwei dann waren da auch zwei meister herr little camp jetzt mal retalk hier kann ich nicht sein doch immer schon mal ruf kommt obama seine mama hätte ja einfach nur campen das ist aber was gutes runtergefallen die brezelt was weg das ist eine schrotflinte die ist scheiße dafür dass sie lieber ist vier steht rechts unter der map ich habe ja ich war mal kannst du paar tipps geben ich bin so schlecht ich bin auch schlecht ich bin auch im ford nicht schlecht also kannst du fort nicht nur campen und schimmeln noch schlechter als im schacht ja den müll nehme ich nicht mit dann darf ich nehme ich mal mit eine bandage was rennt sich auf bandage plantage und den haus noch irgendwo munition ich habe noch eine kiste gehört die muss ja oben sein auch so die beste runde jetzt bislang ne ja das stimmt das ist storisch ne jetzt müsstest du eigentlich so jetzt haben wir schon mal ein bisschen schild das ist gut tausche ich aus gegen gar nichts lappen schön lappen gar nichts recht wenn der jetzt hier hochkommen weil dann hätte ich schon fünf kills ich muss mal pipi aber ganz doll pipi gehen denn ich muss mal pipi ich glaube ich habe den perfekten server gefunden wo nur lappen drin sind weil so viel kids hatte ich noch nie in ford night das ist mein rekord mit vier kills mal das leben noch 19 lappen ok die haben doch nie mal was wird gebaut ne warte mal spielst du auch ets 2 ich kenne das game nicht was ist denn das würde die wegnehmen ja die ist wirklich gamel die schrotflinte das stimmt ich nehme die aber trotzdem mit bevor es ein anderer spieler kriegt ja nehme ich die lieber jetzt kommt einer ruhe ausgelöscht den hab ich ausgelöscht der hat wohl nicht mal schaden gemacht ne die katze ist ganz sauer ich habe noch nie fünf kills im ford night gehabt ne ich glaube das muss ich auf youtube hochladen ohne flachsen die nehme ich auch mit die ist wenigstens blau ey die hat mehr munition drin als der andere reisner diesen grünen scheiß da die nehme ich nicht mit mir bleiben ja wenn ich jetzt den ersten platz machen da ich gehe erst mal pullern danach so mal gucken wo die zonen verschwindet gehst du jetzt nur pullern wenn du den ersten platz machst oder auch so ne nur wenn ich den ersten platz mache oh ich muss reisen oh oh ich oh ich oh ich jetzt noch ein gegner ne du musst aber langsam weiter ne ja mach ich ja ich renne doch schon wie ich kann oh ich nehme das getränk mit so der sicherheitszone sind wir schon mal so 14 leben noch aber den ersten platz mache ich eh nicht gameplay vom feinsten aber wirklich ja vom feinsten dicker da kommt die treppe hoch der checkt gar nichts ne ich habe ihn einfach so gekillt ne ich gehe in das haus campen ob ihr das willst oder nicht na wie gesagt äh gameplay vom feinsten hat das haus keine treppen oben ne naja das stimmt aber es geht auch hierbei bis die hier hoch kommt das kannst du knicken bloß ich kann halt nichts sehen wir bleiben ja da extra kämmt jetzt hier oben bis da mal einer kommt dann ähm ich den weg und der erste platz gehört mir denn ich bin mitten in der zone alles im grünen bereich die geheimtaktik hier nehm schildtrank ja kann ich nicht mehr kann ich nicht geht noch bis 50 prozent dann brauche ich so ein big pack warte mal hier muss ich mal eben wegblenden ich bin immer noch in der zone ich bin pro player du kaffee junkie wenn ich die vogelhochzeit singe dann ist es noch besser glaub mir ach man ja schnappi war auch toll ich singe es morgen ok morgen singe ich das ich sage einfach du hast äh du hast 50 euro donated damit ich das morgen singe weil ich will das mit lativa und dean zusammen machen da sage ich ja little camp hat ohne flaxen er hat 50 euro donated und muss es am sonntag singen hm 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 ne so machen wir das ne und du sagst einfach little camp hat 100 euro donated und dafür muss auch lativa mit singen ja 100 euro das glaubt ihr niemals das ist ja das problem hier ist einer drin ne ja die zone wird jetzt kleiner das ist scheiße warte mal den muss ich jetzt erstmal bannen der trollt wieder nur rum und dann haben schon eine riesengroße base gebaut da oben sind sie Könnte man jetzt hier auch so schön rausfangen. Ah, pass mal auf. Nicht schießen, nicht schießen. Wir müssen doch mehr kommen. Nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Vielen Dank. Oh, ich brauche jetzt volle Konzentration. Erster Platz! Neee! What the fuck? 5 Euro Donation bitte. Neee! Was? Neee oder? Und das soll eh noch sagen, ich bin schlecht? Neee! Das kannst du mir nicht erzählen. Die haben ja gar nichts gecheckt! Neee oder? Neee! 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 Wie viel Level Up kriege ich denn da jetzt, wenn ich in der Lobby gehe? Neee! 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 Neee!